Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mie-Nachrichten war der 10. August 2022. Schockierende Neuigkeiten Feuerjunge hat es unfreiwillig geschafft, als Essigburke durchzugehen, nachdem er ausgerutscht und in ein Einmachglas gefallen war. Er saß daraufhin in dem Glas zwischen Burken und Karotten fest. Zum Glück wurde Feuerjunge nach etwa einem halben Tag zusammen mit den Burken aus dem Glas geholt. Er überstand diesen tragischen Zwischenfall unverletzt. Berichten zufolge befinden sich die Karotten noch immer in dem Glas. Von offizieller Seite wurde bestätigt, dass Feuerjunge vermutlich noch für den Rest des Monats nach Essig riechen wird. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ihr bei den Nachrichten arbeitet sicher hart, was? Was soll ich denn damit anfangen? Danke fürs Zuschauen. Ich bin Bluschlein. Der 10. August war das Sendedatum dieser Mie-Nachrichten.